Jetzt sind wir mal wieder in Moschderisch und da bieten sich ja Ansichten, die wir eigentlich so schon kennen, aber kann sich keiner vorstellen, möchte keiner glauben und denkt auch keiner zu entdecken, oder? Was wäre denn, wenn jemand das Wetter beherrschen könnte? Der würde die Welt beherrschen, ganz einfach. Für den Moment muss das erstmal reichen. Sieht aber auf jeden Fall schon wieder etwas merkwürdig aus.